Ja, liebe Freunde, willkommen zum weiteren Case Opening Video hier mit mir und diese Woche sind die Chroma 2 Cases dran. Ja, es ist einfach so unglaublich, die Skins in dieser wunderbaren Kiste. Und wie ihr seht, habe ich hier ein paar mehr, aber wir werden heute natürlich nur 10 öffnen. Das muss ich natürlich auch noch mitzählen, ja, das ist noch schlimmer. Eigentlich kann ich jetzt hier unten gucken, bis hier 123 steht, wenn ich dran denke, ja. Also, wir fangen einfach mal an mit der ersten, so. Wir hoffen natürlich, dass ich, dass man was Gescheites rausbekommen ist, der Hamburg. Oh, es fängt an mit einer UMP Grand Prix, alles klar. Hat ja schon mal gut eingefangen. Sieht scheiße aus wie immer, Night Bart. Also, was habe ich gesagt, bis 123? Muss ich aufschreiben. So, dann kann ich mir merken, 123, bis da 123 steht. Alles klar, gut. So, Yusuke. Komm schon, irgendwas... Irgendwas... Ja, keine Origami, aber halt was anderes. Wäre echt geil, ja. Also, machen wir mal die auf. Komm mal, ich sehe doch da so ein... Das ist jetzt gerade nicht ernsthaft, die Hypopies dann uns vorbeigegangen. Alter. 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 Scheiße. Äh, ich nehme mir einfach das da so. Oh, 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 scheiße. Komm schon, irgendwas. Komm schon, komm schon. Ja, komm, die... Oh, die Elitebild wird es leider nicht. Ich mag den Skinner und ich pass den... Hier die Valence. Valenze. Sorry. Valenze. Hab... Gott, jetzt ist meine Maus abgestürzt. Ach, wie scheiße. Jetzt muss ich mal die Maus holen. Das hat mich mal in Skype angeschrieben. So, weiter geht. Ja, cooles Opening auf jeden Fall. Wo ich die Hälfte erst mal vergess oder erst mal wegschmeiß. Ja. Es ist eine Desert Eagle Bronze Deko. Ja, habe ich eh schon. Danke. Was ist denn die? Oh, ich sehe das wie FN. So, hier geht es weiter. Fünf Kisten haben wir schon geöffnet. Und nein, ich bin nicht on. Der, der mich gerade anschreibt. Ich bin nicht on, nein, nein. Komm schon irgendwas Gutes, komm schon, bitte, bitte, bitte. Wir haben ja noch ein paar Chrome und Toolkässe, und werden auf jeden Fall noch welche zulegen. Eine Farmers Gin. Finde ich echt ein richtig hässlicher Farmers Gin, aber... Kann man gut für Trade-Ups verwenden in so einen Scheißdreck. So. Komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon. Eine CZ Auto Pole Position. Aber es kommen gar nicht mal so viele Blaue raus, wie ich eigentlich gedacht habe. Komm schon, Lillane und alles mögliche hier raus. Pink kann man auch schon ein. Und dann nochmal ein Negev Min Ovor. Und jetzt, ja, dann kommt jetzt auch schon die letzte CASE, wenn wir mal sagen, diesen Key hier, für... das da. So, letzte Kiste für heute. Und es ist eine Sort of Origami. Na gut, dann war's jetzt hier. Wir müssen kurz gucken, äh... das weg. Wir müssen kurz gucken, ab hier. Ja, kann man lassen, zwei. Ja, okay, zwei Leder, eine Farmers. Was ist denn die, das glaube ich, auf N? Das Minimal? Gut, das Minimal. Und, ähm... Und würde ich einfach mal sagen, sehen uns nächste Woche wieder. Da denke ich, wird's auch noch ein Kromatour. Äh, Case Opening geben. Aber lasst euch überraschen, was es gibt. Und ich sag einfach mal, dass es bis zum nächsten Mal... Bis zum nächsten Mal.